Die Zeit von Benedikt Höwedes bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin ist offenbar zu Ende. Das berichtet die italienische Gazzetta dello Sport. Demnach sieht Juve von einer festen Verpflichtung des Weltmeisters ab. Höwedes war in der vergangenen Saison von Schalke an Juventus ausgeliehen gewesen, bestritt wegen diverser Verletzungen aber nur drei Pflichtspiele. Der Innenverteidiger deutete zuletzt zumindest eine vorläufige Rückkehr nach Schalke an.